Hallo, heute geht es um Reclamation of Gilneas oder im Deutschen Rückeroberung von Gilneas. Der Erfolg und die verbundene Questländer mit bringt euch ein paar Belohnungen und zwar ein Mount, ein Transmog Set und ein Spielzeug. Dieses Spielzeug kann aber nur von Worgen benutzt werden. Um die Quest machen zu können, müsst ihr Level 70 sein. Jede Rasse kann die Quest machen. In Waldrakken oder in jeder Hauptstadt könnt ihr eine Quest annehmen, die euch zu dem Questgeber führt, die die Questline startet, um Gilneas zurück zu erobern. Die Questline dauert ungefähr 20 bis 30 Minuten. Abgesehen von den Belohnungen, die ihr bekommt und den Erfolg am Ende, spielt ihr natürlich die Story, wie ihr Gilneas zurückerobert. Die ganzen NPC Gespräche sind sogar vertont. Das Spielzeug erhaltet ihr, nachdem ihr einen Vlog gemacht habt. Worgen müssen das Spielzeug an Diam's Grab bluten. Viel Spaß bei der Quest und mit den Belohnungen. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.